Das ist Cassie 2.0. Nee, noch einer. Okay, der Stinker draußen, das ist meiner. Nee, noch einer. Melvin, komm mal kurz her. Ja. Oder Cassie? Nee, laufender Kessel bist du? Nee, ne. Komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal. Und ich kann noch ein paar herstellen, aber mach ich nicht. LOL. Tyrods? Jo? Ich hab nochmal drei Vibrant. Dinger. Ich hab durch die Quest nochmal drei Vibrant-Dinger gekriegt. Wo steht denn die? So gut. Ey, warte mal. Das ist falsch. Ach, Mensch. Ja, da... Geh doch, nein, genau. Ey. Ja. Was? Hä? Ich hatte doch... Fehlt doch eine. Wo sind die? Hast du die eingesammelt mit E25K? Ja. Setz die mal hin. Das sieht jetzt komplett scheiße aus. Egal, die hier braucht man nicht mehr. Warte. Und wenn, dann machen wir die halt voll und hauen die in die Dimensions-Chest mit rein. Egal, hier, dann mach hier. Ey. Merk ich mir. Ey. Oh, Mist. Merk ich ja so schön. Ey, dann lass ich die bei uns voll laufen, hau die in die Dimensional-Chest mit rein und... Alter, der ist groß geworden, du. Och, das ist ja bloß eine Ehenmülle. Davon hab ich hier nochmal drei. Hä? Ach, ach so, wir brauchen Gunpowder, ne? Womit macht man ein Gunpowder. Ähm, Gunpowder haben wir hier 64 und 11. Wo ist die bei uns? Das ist alles unten. Musst du gucken, das wurde dir doch angezeigt, oben. Aber hab ich nicht noch was gekriegt? So, hier, ähm... Ach, hier, ähm... Und ich hab'n super Builder's Want. Tyrox? Ja? Brauchen wir den noch? Das weiß ich doch nicht. Ich weiß es halt auch nicht. Ist doch gut. Okay. Läuft. Ja, eben. Siehste? Was ist das denn Profis, Ike? Ike, kannst du mir das mal zeigen, wo es ist? Bitte. Also, ich stehe hier. Du brauchst die Chemie-Dinger, oder? Ja. Ach, cool. Ach, weiber. Also, ganz ehrlich, wenn ich und Cassie in einer Beziehung wären, einen Tag würde ich es aushalten, dann würde ich mir das Leben nehmen. Das ist eine Ansage. Naja, anders hält man es mit der Frau nicht aus, weil... Ich bin doch von ihnen. Warte mal, wenn ich jetzt sage, Frau, lüge ich ja wie... Wie... Äh, was ist denn hier gerade... Hier hat sich das gerade angehört, als ob irgendwas zermatscht ist. Eww. Hä? Hilfe. So, erst mal muss ich die Tanzstange hier fotografieren für Cassie. Stimmt, ich muss ja die wieder mitnehmen hier. Was, die Kiste? Nee. Ey, wir brauchen... Wir brauchen... Eseres... Ähm... 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 Ähm, ähm... Für diese Maschine hier. Carbon. Ja. Für welche Maschine? Warum brauchen wir Carbon? Um das zu erhitzen. Und damit ja wieder dieses Ding hier... Und warum? Der generiert nichts mehr. Dann ist oben wieder kein Holz oder kein, äh, Dings drinne, keine Kohle. Kein Holz. Ne, dann ist Nacht. Womit kann man am besten Holz herstellen? Ja, es ist Nacht. Womit kann man am besten Holz herstellen? Mit deinem Arm, oder? Also ganz ehrlich, warum... Baut ihr nicht einfach mal das hier ab? Gar kein Bock. Guck mal, hier fliegt Holz rum. Darf ich das machen? Was auch immer? Zu spät. Ja, siehste, Cassie. Also, ne? Dass du nicht mal auf die Lieder raufkommst. Ne, weil... Ist doch sinnlos. Wir brauchen noch keine Fäden mehr. Äh, warte mal, was geben Fäden eigentlich von... Äh, 1, 2, 3 geben sie. Ah. Das Holz haben wir gelagert, oder? Also... Außerdem hab ich unten auch noch Holz. 15 Stacks. Carbon, Carbon... Und nochmal... Ja, ne, Fäden brauchen wir nicht. Das ist total kacke. Tyrox, außerdem gehst du zu mir ins... Also zu uns ins große Lager. Da hab ich noch 15 Stacks Holz. Du verstehen? Ja. Ja, dann... Mach mal und so. Meckerst rum. Wir hätten keine Holz, aber selber hier noch nicht... Also... Melvin, ja? Melvin, wenn du so ein Blaus... ... als Coco beleidigst, ja? Ja, nur auf. Ja? Ja, alles gut. Äh, okay, Zuckerrohrfarm arbeitet auch grad nicht. Die hat keine Kohle drin. Kann da mal jemand Kohle reinlegen? Hab grad nichts. Nee, eure Kiste läuft ja nur nicht über, ne? Rie, wenn ich... Rie, ich bin ein Grizzly, brüll. Brüll, brüll. Ich bin ein Grizzly, brüll, brüll. Aber bei der Kartoffelfarm muss man aufpassen, dass immer Kohle drin ist, ne? Sonst verbrennt er die Kartoffeln. Ja. So wie ich den Tyox kenne, achtet er da nicht drauf. Nein, ich achte überhaupt nicht auf irgendwas. Äh, ey, du kennst mich doch. Also jetzt mal ganz ehrlich, du kennst mich. Und, ähm, was noch ist? Nach den Werkzeugen immer mal gucken. Bei, bei der... Scheiße, ich brauch Sauerstoff. Melvin, Melvin, ich brauch mal Sau... Ha, nie, Sauerstoff. Bei der... Zuckerrohrfarm bin ich schon aufs Stein gegangen. Da muss regelmäßig eine Steinhohe nachgelegt werden. Oh. Hey, wo ist Popel hin? Ihn hab ich getötet. Was? Ja. Tja. Tyrod, wie kannst du einfach nur Popel töten, ne? Ganz einfach, ich mach's einfach. Ja? Okay. Ich hab die... Ich hab die Drecksau. Ich hab die Drecksau. Ich hab die Drecksau. Alles klar. Ich hab die Drecksau bekommen. Ah, shit. Wo bin ich hier gelandet? Apropos, ich hab immer noch Schimpf. So ist es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Acht, neun, zehn... Warum gibt das jetzt? Ich hab die Drecksau. Warum gibt das jetzt? Ich hab die Drecksau. ganz unten zu Punkt neun gehen. Was? Und ganz unten den Zombie-Converter machen. Weil wir desolfial brauchen. Zombie-Converter? Äh... Was? Ja, wir brauchen noch so ne Quest. Ähm... Alle sind den... Den... Zombie-Converter, ja? Ja. Also 32 verrottetes Fleisch. Ja. Und ne Seelenma... Ja. Hm? Da brauchst du erstmal den Slice & Spice. Und da bin ich grad dabei. Okay. Hm. Ja. Also... Oh, Jungle! Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, ja, ja. Aber davor muss ich noch was... Muss ich... Muss ich noch was machen. Okay. Nämlich... Jetzt generiert er wieder schön Strom. Ja, weil ich da Holz reingelegt habe. Wir müssen dazwischen noch nen Crafter reinlegen. Äh... Dann... Damit ihr... Weil dieses... Diese Burnt Reim ist gleich. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Zack, zack. Ja. Warte, ich mach da noch mal ein bisschen Holz rein, dann... Ich gleich nämlich wieder leer. Falsche Taste. Ja. So. Moin. Au. Bleib stehen. Okay. Wo ist das 1? Ich hab gefangen. Na, guck's dir mal an. Das sind zwei unterschiedliche. Tier 1 brauche ich eigentlich nur. Ich weiß nicht, für was das Tier 2 gut war. Ja, das kann mehr machen. Okay. So. Tier 1 ist... Äh... Ich brauche so nen... Ähm... Ne? Hab ich jetzt... Einfach nicht. Hab ich jetzt... Ich brauche so nen... Ich brauche so nen... Hier, Cassie. Hier in die Kiste. Das sortiert alles automatisch ein. Du musst nicht immer von Barrel zu Barrel laufen. Mach ich nicht. Ich bin grad nur am Stern hin. Mach ich nicht. Achso. Nein, mach's nicht. Achja. Wie sagt man so schön, was ich necke? Das liebt sich noch. Ja. Stille. Komm her, Cassie. Komm. Komm. Was war das denn? Sie ist gegen die Wand gerannt. Also das hat sich irgendwie angehört wie ein... Ja. Ich bin ein misslungener Esel. Wenn ich mehr ehrlich bin. Engelfaffen. Cassie hat... Nein, hier gelieb. Cassie hat Angst vor mir. Äh. Äh. Scheiße. Oh, es war sogar richtig. Es war sogar richtig Eik. Aber wie du erst mal Eik warst. Oh. Scheiße. Ja. Perfekt. Das sind Momente. Das muss sein. Ähm. Ähm. Ich habe sogar noch alles. Hier haben wir ein Machine Case. Hier haben wir einen Kopf. Zur Not nehme ich Cassie ihren. Äh. 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 Ihr wollt mich doch verarschen. Cassie, was hast du mit der Eisenachs gemacht? Aber was für eine Eisenachs? Wer gewohltätigt? Ja, glaube ich auch. Warte mal, Cassie ist eine Frau und... Ähm. Ja, sag ich nicht. Ach, Eik. Komm, es wird alles wieder gut, Eik. Ja. Die hat sich bestimmt... Cassie war vorher ein Mann. Die hat sich auf die Axt gesetzt. Gestern war so eine Frau. Und ich komme gerade selber nicht mal mit, was ich sage. So krass bin ich noch nicht mal dran. Also... Also jetzt ernsthaft. Braucht das Leistung bei Strom? Ja. Scheiße. Alles Cassies Schuld. Ey. Cassie. Es ist alles deine Schuld. Ey. Ich hab' noch gar nicht. Doch. Nee. Du warst zu lange inaktiv. Ey. Was? Nur nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Homer Simpson? Nein. Ey. Wie lange brauchen die Scheißsterne noch, bis die tot sind? Äh. Ich wollte hier im Questbuch weiterkommen. Genau. Ich hab' meinen neuen Lebensplatz gefunden. 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 Was? Ich hab' meinen neuen Lebensplatz gefunden. Was? Ich versteh' die Cassie nicht. Schaut einfach, wo ich bin. Hä? Du bist irgendwo drin? Nein. Egal. Was steht im Regal? Eik. Schwerhörig oder brauchst du ein Hörgerät? Nein. Ich ärger' einfach nur eins. Cassie. Ja gut. Okay. Dann kann ich's verstehen. Äh. Ich brauch' dafür Quarz. Haben wir Quarz? Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh mein. Ähm. Ha- Ha- Ike? Was einfacheres Craften als ne Rakete? Nein. Bitte. Ich mach' irgendwelchen... Ha- Ha- Ike? Ja, was denn? Habt ihr... Ähm... Noch so... Ähm... Was? Ähm... Energiekonduits? Ja. Wieviel? Nicht so halt... Diese... Ja doch Konduits, ja. Da, hinter dir. Ha- Ha- Danke. Wieviel brauchst du? Ich komm' ja nicht weg. So, erzähl' mal, wieviel brauchst du davon? So, erzähl' mal, wieviel brauchst du davon? Nein. Okay. Da lagst du ganz allein an meinem Inventar rum. Oh ne, ich brauch... Ich brauch... Ich brauch... Ich brauch doch welche. Wieviel? Ähm... Eins, zwei, drei... Drei! Hinter dir. Hinter dir. Sein Ernst, jetzt hab' ich vier, Alter, ist das so unbefriedigend, Junge. Naja, besser als drei. Naja, besser als drei. Ja, aber... Och ne, ist doch... Es sei, da hab' ich wieder unnötiges Zeug in meinem Inventar. Ja, dann packst du sie wieder zu mir hier in die Küsten. Gar keines noch. Ich bin viel zu voll davon. Extra hier in Enverteere. Ach ja... Cassie kann uns gleich... Cassie darf uns gleich ne Seele einfangen. Hä? Hilfe. Verdient. 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 Also ja, würd' ich machen, mehr lieber als ne Rakete für... Okay, ich muss nur gucken, was wir für ne Seele brauchen. Achso, Melvin, was machst du? Grade? So? Grad nix. Äh... Enderman. Such dir was! Okay. Cassie? Ich weiß nicht. Anwesend. Na, dreh dich mal um, dicke. Nimmst du das da, nimmst ein Enderman-Spawn-Eye, fang die Enderman-Seele ein. Soll ich das machen? Rechtsklick auf'n Enderman mit dem Glas. Okay. Und wo bekam ich'n Enderman her? Guckst du hier rein, sind zwei drin. Cool. Kann ich die hier rein spawnen? Ähm... Mach's mal hier im Vorraum. Sicher, sicher. Aber jetzt... Ich hab' nur ein Glas. Oh mein Gott, die Raketen. Reicht aus? Ist das Glas jetzt voll? Was? Ja. Was, Melvin? Ob sie noch Raketen brauchen? Ja, ich brauch' nur das Glas. Tier 3. Tier 3. Au! Gut. Ja. Dann brauch' ich uns jetzt Raketen. Ja. Dann brauch' ich uns jetzt Raketen. Richtige. Ja. 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 Ich hab' ihn noch nicht mal angeguckt. Ich hab' ihn noch nicht mal angeguckt. Nee, der ist irgendwo oben. Der stirbt grad. Ja. Sooo. Dann können wir jetzt den Dimensional Transceiver machen. Wenn nicht. Ja. 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 Haben wir. Cassie, gehst du den mal bitte holen? Oben in der Kiste. Sooo. Und ich muss die Folge erstmal hier beenden, die ist schon wieder zu lang. Abonniert ist ja müssen wir größer bis hin. timegen! ens. Abonniert ist overdose. Und er sollst, wenn du den dann damals ist? Rude.